Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Erb aus Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es sich um weitere Technik, die wir am Jascha verbauen können, beziehungsweise einsetzen können und wetterbedingt geht es sich selbstverständlich um Ventilatoren. So jetzt bietet die Firma Aquamedic mehrere Varianten an. Einmal natürlich die Standardvarianten, die wir kennen, die meinetwegen über einen Controller, über einen externen T-Controller oder sowas angesteuert werden. Aber da ich hier in diesem Becken tatsächlich ein Heizsystem habe, was keinen Controller benötigt, weil es komplett eigenständig arbeitet auf einer fest eingestellten Temperatur, blende ich euch mal kurz mit ein, habe ich gefragt bei der Firma Aquamedic, habt ihr nichts, was selbstständig arbeitet, also sprich, was mit einem eigenen Controller oder mit einem eigenen Kontrollsystem daherkommt. Da hat die Firma Aquamedic mir gesagt, jo, haben wir und das passt auch und zwar geht es sich heute hier um den X-Flow 3000. Das ist ein Querstrom-Lüfter oder ein sogenannter Walzen-Lüfter mit eigenem Controller und geeignet für Becken bis zu 500 Liter. Er lässt sich ziemlich genau einstellen, was man haben möchte. Er kommt mit einem eigenen Temperatursensor, er kommt mit einem entsprechenden Regler daher, dass wir unsere gewünschte Temperatur einstellen können. Theoretisch gesehen kann er zwei bis vier Grad die Beckentemperatur runterdrücken. Das kommt natürlich auch grundsätzlich darauf an, wie groß ist das Becken, wie lang ist das Becken, die zu beströmende Fläche. Es kommt darauf an, wie ist die Umgebungstemperatur generell und, und, und. Das sind alles Faktoren, die also mit da reinspielen, da müsst ihr darauf achten. Aber grundsätzlich gilt, wenn ich einen Luftstrom über eine bewegte Wasseroberfläche, so wie ich es hier auch habe, drüber bringe, dann entsteht durch Verdunstung, ist das ein entsprechend physikalischer Effekt, Kälte, also das Verdunstungskälte, die da entsteht. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich mit einem Ventilator über eine Wasseroberfläche drüber puste oder ventiliere, wird Wasser im Prinzip durch Verdunstung aus dem Aquarium herausgeholt. Das heißt, die Umgebung bekommt natürlich mehr Feuchtigkeit ab und im Endeffekt ist es so, dass durch diesen Effekt, also sprich durch diese Verdunstung, eine Verdunstungskälte entsteht und das kühlt im Endeffekt unser Aquarium. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gucken uns das Gerät jetzt einfach mal an. Ich habe selber mal kurz reingeguckt, aber noch nicht wirklich mir das Gerät genau angeschaut. Ich packe erstmal alles aus, was da ist. Wir haben hier einmal das Gerät mit einem fest verbauten Halter. Dann haben wir einen entsprechenden Controller mit einem Fühler und mit dem Stromanschluss hier zum Gerät. Und last but not least, kommt raus, ich habe dich gesehen, haben wir hier das Stromkabel. Schon fertig, auf Deutsch, auf den deutschen, aufs deutsche Stromnetz angepasst, mit einem relativ dicken Kabel dran, wie ich sehe. So, haben wir noch was? Ja, haben wir tatsächlich, wer es genau wissen will, hier noch Kärtchen QR-Code zur Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen etc. pp. Die sparen wir uns jetzt heute mal und ich würde mal sagen, wir schauen unser Gerät jetzt erstmal etwas genauer an. So, packen wir mal da hin. Als allererstes haben wir hier die entsprechende Halterung. Also wir können hier, glaube ich, Minimum 20 mm oder habe ich das falsch verstanden? Moment, Stand drauf, Stand drauf, ich habe es gesehen. Maximal 20 mm. So. Wir haben einmal die Beckenhalterung, die wir so einsetzen können, wie wir das gerne hätten. Und wir haben die Möglichkeit, den Winkel hier zu verstellen. Das ist schon mal eine sehr geile Sache. So, das Ganze läuft auf 12 Volt, 1 Ampere, 4,2 Watt. So steht es hier. Und ja, ist eigentlich recht simpel. Hier haben wir, so wie es aussieht, Edelstahlschrauben, Muttern und Kunststoffschrauben. Das heißt, wenn ich den jetzt hier oben drauf packen würde, ich möchte ihn nicht ganz bis ins Wasser haben. Oder bis kurz dran. Zack, ist er schon installiert. Ich kann den Winkel hier ändern. Und ja, dann haben wir dementsprechend hier noch, da muss ich mal schauen, wo ich den genau verbaue. Wir machen mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns zur Inbetriebnahme wieder. Ja Leute, installiert ist er und sehen tut ihr nichts. Das ist der Plan. Ich habe hier meine Kamera installiert, weil ich habe den Controller hier auf die Außenseite gebracht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich hier drin nicht mehr so viel Platz habe, den hübsch aufzuhängen. Und seitlich hinten am Gehäu, hier hinten am Schrank, ist kein Thema. Funktioniert wunderbar. Zur Installation selber. Den Fühler, der übrigens natürlich mehrwasserbeständig ist, den habe ich hinten in den Schacht, in den Ansaugschacht reingepackt. Zum ganz einfachen Grund, da kommt im Prinzip ja auch das Wasser mit der Temperatur, die wir tatsächlich im Aquarium haben, an und wird somit nicht verfälscht. Packe ich das in die Mitte oder je nachdem, wo ich meinen Heizstab sitzen habe, wird natürlich die Temperatur verfälscht. Ich könnte das natürlich auch draußen im Aquarium anbringen, aber da das Becken hier sowieso schon recht klein ist, versuchen wir, dann versuche ich natürlich die Optik so zu halten, dass es im Endeffekt ja nicht gestört wird. Also den Innenschacht zu bringen, blende ich mir jetzt mal kurz noch mit ein, ist natürlich die optimale Sache, um die richtige Temperatur abzugreifen. Den Controller selber habe ich hier auf die Außenseite gebracht, weil, wie gesagt, hier drin war nicht mehr so viel Platz und ja, fertig ist im Prinzip der Lack. Nein, nicht ganz. Ich muss das Ganze genau einstellen und ich blende euch jetzt mal hier ein Video mit ein und da ist der Controller jetzt im Prinzip verbaut. Ihr seht, ich passe mal ein kleines bisschen größer, so. Ja, einfach nur mit Doppelklebeband hier an den Schrank dran. Hier unten geht der Strom weg. Auf der Ober-, hier oben am Gerät selber haben wir nochmal einen Hohlstecker, die aber nicht ineinander passen. Das heißt, wir können nicht den Strom direkt an das Gerät anschließen. Da hat Aquamedic für gesorgt, dass es nicht geht. Ist auch gut so, sonst könnte man sich, sonst könnte irgendwas passieren, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Einschalten des Geräts, entweder sobald Strom draufkommt oder hier in der Mitte. Und ihr seht, wenn ich ihn anschalte, fängt er auch schon direkt an zu arbeiten, weil ich eine entsprechende Temperatur von 24,5 Grad eingestellt habe und das Gerät, wie man unten links sieht, arbeitet jetzt gerade mit 80% Leistung. So, und jetzt stehe ich mal eben auf und wir hören uns das Gerät mal an. Ähm, beziehungsweise, ich stelle es erstmal auf volle Leistung. Dazu, um die Leistung des Geräts einzustellen, geht man vor wie folgt. Linke Taste, Pfeil nach oben, drei Sekunden lang halten. Eins, zwei, drei. Dann steht da Max und dann kann ich in fünf Prozent Schritten das Ganze nach oben packen. Jetzt steht da 99%, aber das sind die entsprechenden 100. So, jetzt mache ich das Gerät mal aus. Ihr habt gesehen, es ist dementsprechend gerade, äh, hat nach drei Sekunden die Einstellung übernommen. Und ich schalte es jetzt mal hier oben ein. Ihr hört jetzt schon einen gewissen Geräuschpegel, das kommt tatsächlich jetzt hier vom Lüfter, äh, von der Lampe. Und das ist die maximale Lautstärke auf voller Leistung. Und das war tatsächlich nicht laut. Also ich empfinde diesen Lüfter als wirklich nicht allzu laut. So, jetzt müsst ihr natürlich beachten, dass, äh, der, wie schon gesagt, für Becken bis zu 500 Liter reicht. Und ich glaub, 1,20 Meter, ja, 80 Zentimeter bis 1,20 Meter hat der an Reichweite. Und das heißt, wenn ihr eine längere Becken habt, kommt ihr mit dem Gerät wahrscheinlich dann nicht hin. So, kommen wir aber nochmal zum Einstellen. Also, wie wir die Leistung einstellen, hatte ich ja gerade gesagt. Hier drei Sekunden draufdrücken, dann erscheint da oben Max. Und dann kann ich in 5% Schritten das Ganze bis runter, auf 40% runterregeln. Wenn ich es dann loslasse, ist dann dementsprechend das, äh, nach drei Sekunden eingestellt. Die Temperatur, die hier angezeigt wird, also sprich meine Schalttemperatur oder meine gewünschte, ne, nicht meine Schalttemperatur, meine gewünschte Temperatur, die kann ich direkt hier einstellen. Da fängt das Set an zu blinken und kann dann einstellen, was ich gerne hätte, wo er sich dann wieder ausschaltet, ja, auf welchen Temperaturbereich. So, jetzt gehen wir mal 0,1 Grad höher, warten drei Sekunden, er übernimmt das Ganze und ihr habt gesehen, zack, Leistung direkt runter auf 0%, weil wir haben den entsprechenden Wert erreicht. Wenn ich jetzt hingehe und das Ganze auf 25 Grad einstelle, passiert auch nichts. Warum? Aus dem ganz einfachen Grund, weil eine Schaltspanne von 0,5 Grad an diesem Gerät eingestellt ist und nicht veränderbar ist. Das heißt also, der müsste jetzt auf 25,5 gehen, damit dieses Gerät sich dann dementsprechend einschaltet. So, das heißt, ich würde jetzt hier, gehe ich auf Set, gehe mal wieder auf meine 24,5, warte kurz und 21, 22, 23, zack, da geht er dann auf die eingestellte Leistung und springt natürlich an. Und würde dann versuchen, per Verdunstungskälte auf diese Temperatur runter zu kühlen. Hat er die 24,5 erreicht, dann schaltet er sich ab. Und wieder nach einer Schaltspanne von 0,5 Grad schaltet er sich wieder an. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich setze ihn mal wieder mit der Leistung hoch, dann kommt hier auf Max und ich hätte gerne Volllast. Und ich hätte gerne 25 Grad. Das heißt, das Gerät arbeitet jetzt, hat jetzt noch eine Spanne von 0,2 Grad runter zu kühlen. Und ich lasse ihn jetzt mal laufen und blende euch dann nachher nochmal das Bild ein, wer dann die 25 Grad erreicht hat und sich dann im Endeffekt dann tatsächlich abgeschaltet hat. So Leute, kurzer Zeitsprung. Wir befinden uns drei Wochen in der Zukunft. Beziehungsweise, ja, ich habe extra mit dieser Aufnahme hier gewartet, damit das Gerät so ein kleines bisschen mal das tun kann, was es soll. Weil ich habe es extra angefordert zu einem Zeitpunkt, wo abzusehen war, dass halt draußen die Temperaturen hochgehen. Und tatsächlich, ja, ihr seht, ich habe hier den Controller dann doch noch hier drin verbauen können. Und der Temperaturfühler sitzt hier außen neben dem Ausströmer, also sprich hinter dem Ausströmer, sodass hier die Temperatur auch vernünftig abgegriffen werden kann. Ein großer Unterschied ist das nicht. Also er kann auch hier verbaut werden. Von daher ist das kein Thema. Das Gerät selber tut tatsächlich das, was es soll. Ich habe hier oben im Dachgeschoss, ja, so Pi mal Daumen 26, 27 Grad. Momentan noch bei außen etwas über 30. Und ja, tatsächlich, ihr seht selber hier die Temperaturanzeige. Blende ich mal kurz separat noch mit ein. Liegt bei 25 Grad. Das Gerät macht also ein Bomben. Job hier. Es kühlt tatsächlich diese Temperatur runter. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, ist auch ein sehr kleines Becken. Klar, logisch. Aber für die entsprechenden größeren Becken, 1,20 Meter Länge, bitte darauf achten. Habt ihr größere Becken, müsstet ihr wahrscheinlich zwei einsetzen, einen links, einen rechts. Dann kommt ihr dann dementsprechend auf die entsprechende Leistung, die ihr braucht. Aber ich denke mal alles in allem mit dieser Walzen-Lüfter-Technologie. Das ist ja ähnlich wie die Lüfter, die im Auto verbaut sind. Die sind recht leise. Leiser als die senkrecht stehenden. Und das ist definitiv ein Lüfter, der natürlich recht groß ist in seiner Bauart. Jetzt natürlich auch für dieses kleine Aquarium hier sehr groß ist. Aber der in meinen Augen das tut, was er soll. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen dieses Gerät näher bringen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es runter in die Kommentare. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Däumchen nicht vergessen. Euer Viper. Ciao. Däumchen.